ach ja meine munition ist auch schon fast leer ist ja immer noch alles voll mit grün ich bin auf dem weg ich muss okay jetzt sind sie sauer der idiot ist an dein motorrad geblieben die sind einfach mal vor der titel über 30 bis 40 ab der typ die rocker sind unglaublich übel was war das denn jetzt ich hatte ich hatte schon wieder diesen scheiß back dass meine waffe nicht geladen ist ich habe die gerade extra nachgeladen wechsel auf die waffe war für leer und der typ lädt automatisch nach und du kannst das nicht abbrechen ja vor ein paar sekunden schon gerade von teams die kommt immer wieder die blöde meldung in spieler schnappt auch soja später wo der motorrad wieder darf gar nicht angezeigt das ist ja merkwürdig hast du kein doch ich habe doch wohl eins platziert vielleicht ist es ja auch einfach weg ja das kann natürlich sein oder du hast gedacht du hast eins platziert wenn ich hatte als platziert ich habe davon ein zeug eingeladen vielleicht meint da wird es angezeigt in der wortein stehe ich vorne an der straße mainz hinten am eingang diese rocke sind schlimm also diesen richtig übel weil die grün ja wie war das mit der trophäe 1000 sterben ich gehe mal kurz zum händler und dem vielleicht eine neue quest an scheiße die quest ist jetzt auf jeden fall ich meine nicht meine war schon abgeschlossen hätte sie die barrikade nicht zerstört dann hätten wir es vielleicht geschafft ja jetzt schiebst du mich ja wer wer macht denn bei sowas eine barrikade kaputt das war bevor die alle gekommen sind du musst doch damit rechnen dass sowas passiert aber da waren die noch nicht da das jetzt auch verpackt ist noch ein ordnung mit einem schlag habe ich gerade 20 holz aus diesem baum geholt was nun gehen wir zum fuß die motorräder holt ich schon ja aber ich gehe vorher noch zum händler ja ich freue mich ich habe einen stahl vorschlag haben wir fünf witzenden haben ich kann dann kriegen kann ich level 1 verbauen nein ich bin stahl vorschlag haben abholen abholen säubern beseitige zombies ein kilometer entfernung aber erst motorräder holt ja natürlich das habe ich schon es ist wirklich besser wenn man das alles sieht was man schon hat und was nicht wozu braucht man den eimer wasser holen aber ganz auf 500 wasser mit einem einzelnen ja ich weiß nicht ob es den sass noch so könntest früher mal du hast nur einmal wasser genannt ja war sie ausgeschüttet ja beim aufnehmen ist aber immer ein oder zwei felder wasser übrig geblieben du könntest damit quasi vermehren weiß nicht ob das immer noch so ist der schlagmann zehn prozent mehr schaden mit knüppeln kaufe ich die ab ob ich bei schläge auch zu knüppeln zählen bücher bringen da wird die exp ja natürlich gefunden das könnte jetzt ein bisschen dauern bis dahin laufen aber wir können ja unterwegs alles mitnehmen was wir finden auf jeden fall wir sind aber dahinter wir sollten was ist man aber hier lang richtung nordwest glaube ich falsch nordwesten ist macht kann gerade nicht mehr raus ich nehme es nicht bis nach osten oder osten ja wir müssen nach osten osten nord-osten hintergrund wird es mir angezeigt ich habe keine aussage brauche ich weniger zum laufen kann das sein ich verbrauche gerade bloß noch drei ausdauer wenn ich laufe dazu da nicht mal irgendwas der bild laufen nicht ich habe nur athletik und sowas also laufen wüsste ich jetzt nicht weil laufen habe ich mir immer gedacht das ist nicht ganz so wichtig wie kampf sachen obwohl weglaufen jetzt sinnvoll ist naja das laufen ist nicht das problem das problem war halt dass ich wieder diesen blick übrigens möchte ich mal anmerken ich bin ich konnte die waffe nicht zu ende laden und die waffe ist wieder voll geladen ja verstehe ich auch nicht wenn der jetzt auch nicht gesagt hey ich lade jetzt die waffe neu dann wäre das gar kein problem gewesen weil dann hätte ich erstens schießen können und zweitens hätte ich in zweites fall noch schnell weglaufen können das sind schon scheiß bugs manchmal ist ja noch mal einfach 56 jahren will mein motorrad haben sei nicht so faul ich nicht darauf gern zu meinem motorrad das ist aber echt also man kriegt wirklich gute erfahrung jetzt wie weit kann man eigentlich diesen xp generator maximal stellen 200 prozent ich glaube irgendwann mache ich mir mal den spaß und mach einfach mal ein sparspiel also bei mir privat indem ich einfach die zombies mega schwach mache maximal ausbeute führen erfahrungspunkten und in 1000 xp prozent und dann kriegst du dann habe ich relativ schnell das maximalle erreicht schätze ich ja aber gut um mal zu wissen was nun das maximalle ist also es geht bis 1000 zumindest nach den anzeigen von den erfolgen her weil ich war schon in etwa level 208 wenn ich mich recht entsinne in unserem letzten bevor bevor das aktualisiert wurde und da habe ich auch den erfolg bis 208 aber wie lange will man spielen bis man wenn man wirklich normal spielt bis man da level 1000 ist und was bringt es dir dann irgendwann noch zu leveln und mein maximal spiel damals ich glaube tag 700 da hatte ich aber einen tag dauert zwei stunden eingestellt dann hatte ich auch wirklich keine lust mehr weil du hast alles ich habe alle fallen ausprobiert du bist zum wie schnell töten du hast du blut und jeden jede fan base dafür geht es dann wirklich langsam die lust ja wenn du nichts mehr zu tun hast das ist das große problem bei vielen städte bauspielen dass du irgendwann hast du deine stadt so weit aufgebaut optimiert vielleicht noch scheppelst nur noch geld und kann es eigentlich nichts weiter machen und dann wird es langweilig was habe ich damals gar nicht gespielt bei der tropical island holiday island heute die island weil es immer richtig lief das ist das geld nur noch eingeflossen ja aber das muss jetzt erstmal hinkriegen ja außer wenn es ganz schwer gemacht oder mit sabotage es war allein tycoon mit dieser sabotage näher aber sabotage kann es bei holiday island auch schmier sei auch sehr gut ja er dann sehr gut ist noch was ganz anderes gewesen ja aber irgendwann hattest du so viel geld mit die routen sind du kannst gar nicht mehr verlieren ich hatte immer das problem dass ich keiner ich konnte keine gates mehr holen du kannst glaube ich bloß maximal zehn gates haben und du hast hunderte von flugzeugen und die alle gleichzeitig offen geht wollen das geht nicht es geht nicht ja ich weiß habe ich extra gesagt ich wollte wiederholen in mir das doch mal ich fand aber auch die art und weise wie die das gemacht haben sehr merkwürdig wir bauen ein neues geht indem wir den hinteren teil des flughafens weg reißen das geht reinsetzen und wieder hinbaut der flughafen wird immer länger je mehr geht es gab es gab leipziger flughafen der weibes leben wo wir damals kinder waren waren wir als kinder auf dem leipziger flughafen ich kann mich da gar nicht daran erinnern einer bevor wir nach ausschatzten haben wir einen kursdorf gewohnt das ist ja vom flughafen gefressen worden da war der flughafen damals noch ganz weit weg jetzt ist das dort quasi mit dem dünn und ist die drei häuser die noch sind naja so ist das halt nichts geht über vorschriften größeren fressen die kleineren fand aber die wahl damals cool die die leute hatten kannst du das haus überschreiben da kriegst du betrag x wenn du dich weigerst enteignen wird dich du kriegst gar nichts hast du mal gewählt hast du mal eine mine eingegraben hier sind hier sind ziemlich die bis loch mitten in der gegend warum hast du es erschossen damit neue hühnern ach so hätte ich das machen sollen einfach so ich hatte lust wir müssen irgendwas gemacht haben wir haben sonst nie hühner gesehen und jetzt haben wir schon zwei oder direkt mit dem biome zusammen es kann auch sein ach ja hier habe ich wirklich mal graben und kohle mine da ist ja schießen oder was auch was war ich ja mit dieses was sonst als höchst du damit machen keine ordnung mitnehmen und lieb haben sicher gern aber kann man ja jetzt zehnmal fleisch keine eier schade weißt du was schön ist du für den debuff verliert hier unglaublich schnell jetzt wieder das wird cool da freue ich mich drauf und dann die brauchen bloß noch zwei schläge pro block dann würde ich das wird dann richtig cool vor allem wenn wir das einzige vergessen wir hatten blutmonde immer zu zweit in letzter zeit wenn die zu dritt sind also dann hören die irgendwie überhaupt nicht mehr auf weil das wird das summiert sich irgendwie auf dann glaube ich noch ein enemy mount oder wieder mehr kommt warten erst mal ab wie es jetzt ist bevor wir es noch schlimmer machen 20 fahre menge an gegner gegner können alle fliegen durch da kommen und zum rechner nicht mehr ja wahrscheinlich nicht das sind fake bäume ich habe es gerade gesehen der verholen im inneren er kommt schon runter der flöde geile soll sich erschießen nicht klein ist gestorben der fliegt immer höher jetzt kommt er verarscht mich ich treffe ihn nicht ich treffe das team nicht immer verschießt munition deckst du auf ja ist okay ey ich treffe den nicht ich lasse es soll dir der onkel mal zeigen wie das geht zehn minuten später ich habe keine munition mehr so habe ich das gemacht mitleidig aussehen und hoffen dass jemand anders einem hilft klappt doch ein ganzes magazin verschossen aber ich habe ich nicht aber trotzdem ich bin schon fast wieder auf dem grünen zweig mit der erfahrung ich gehe jetzt noch mal rein mal sehen ob die wieder da sind ja die bücher kommen auf jeden fall abschauen ja die bücher sind halt unglaublich wichtig bin ich gerade schon am eingang vorbeigerannt wahrscheinlich schon soll ich mir vorstellen ich bin dahin die sind sogar noch alle da ach ich bin wirklich vorbeigerannt warte kurz warte kurz machst du nicht wütend was habe ich gerade gesagt macht den heik nicht wütend mann er ist schon ganz grün das ist bloß so eine alte oh nein die rennen hier rechts oben ich komme gleich durch die fenster ja toll das ist ganz einfach ja ja verdammter biker ey pass mal auf boah der zieht freeman schieße auf den biker schieße auf den biker hinter mir mensch HALTERMELSCHTIH HALTERMELSCHTIH ich höre dir den biker du musst da mal her kommen boah der liebt kein immer noch ey kann ich doch mal vorrechen halt doch der lebt noch nie was jetzt nicht mehr es ist gar kein wunder dass du keine chance gegen die hast gibt es stärkere wir sollten mal diese stärkere schrot munition holen oder ja diese flintenlaufgeschotten stärkste was ich zu bieten habe aber die sei wirklich teuer aber ich glaube das brauche bei der schwierigkeit die haben fast doppelt für sich schaden toll da brauche ich nicht brauche ich nur auf einmal ein ganzes magazin nachladen zusätzlich ich treffe dich ja ich höre es hinter mir der fliegt bei mir weiß ich nicht hast du eigentlich mein abschluss zu Turok 2 gesehen da habe ich noch mal ein video gemacht in dem ich alle versteckten areale und sowas gezeigt habe glaube ich nicht damit konnte ich damit das display auch endlich wirklich abschließen konnte auch gedanklich ich habe tatsächlich das spiel hundert prozent durchgespielt ich habe alle erfolge jedenfalls habe ich im hafen von adia gibt es eine stelle da wusste ich immer da waren da fliegen möwen rum ich wusste immer nicht was es auf sich hat sie sich dann tatsächlich mal ein video geschaut habe und ihm gezeigt wird dass man die möwen abschießen muss um ein geheimes areal zu erreichen und ich muss sagen es ist echt scheiße schwer die zu erwischen ich habe dann das maschinengewehr genommen und die erschossen ich habe dann wieder mini gun auf möwen geschossen letzten endes 1 raus auf der Kabe ich habe auch das erste Zielsuche Raketenwerfer versucht aber das ging tatsächlich nicht ja es hat es nicht anvisiert als gegner oh die ganze Füche Rekale ist leer ja die Wahrscheinlichkeit besteht halt oh eine Magnum Level 5 ich gehe schon mal auf au ok ich komme diesmal nehme ich den Rechten und du den Linken ja ich muss aber erst mal kommen ach du komm schon ok sag an ähm auf die Plätze fertig los der verlippt er hat das nur wo gemacht hol den Free wenn ich da nicht hol nö nö wir können wir ganz gut ohne das Fleisch klappen au was der Berache dafür dass du dich nicht geholt hast der fühlt sich der hat sich nicht genug beachtet gefühlt da ist er wieder gekommen um dich zu töten was einfach wichtig ist oh oh was denn nun schon wieder ach nix mir geht's gut hi guck mal da unten ha 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 so einmal Vitamine nimm sie ein dann heizt sie kurz schneller ähm das brauche ich nicht warum darf ich das nicht das brauche ich auch ich kann nix platzieren warum oh geil Stahlsperrteile oh Schrotgeschützturmteile die sind nicht schlecht ja äh da ist nicht zu welchen Schiene dabei oder nein das hat mein Bein irgendwie nicht ganz so gut verkraftet habe ich das Gefühl vielleicht weil ich einfach sagt gebrochen und weiche schön was brauche ich dafür ähm Klebeband Stofffetzen bräuchte ich das Fenster ich hatte doch vor und ich habe doch vor zwei Mal ich habe doch vor zwei Mal Leim gefunden wo ist denn der weiß ich nicht dein Motorrad das kann sein naja brauchst die hochkommen ich habe ja alles fertig ja das dachte ich mir schon ich glaube also wenn sie wenn sie jetzt kommen bin ich echt am Arsch mir geht's gut hier oben keine Sorge ich renne mit meinem gebrochenen Bein dann mal ein bisschen aber wenn man sich allgemein das Spiel so anschaut finde ich eine Stunde Heilungszeit für ein gebrochenes Bein echt viel oder so im Verhältnis zu den anderen Sachen da haben wir die Stoffe ich glaube das war mal kürzer 30 Minuten oder so ja tatsächlich ist allein hier einmal Klebeband und boah boah